hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge syndicate games mit ja ihr seht ihn schon schaut ihm in die augen es ist und wir welche mit welchem welchem app zu mich oder soll ich dich challengen ok du hast mich schon challenged ich erkenne es ich erkenne es gar nicht ach so ich dachte weil du einfach stehen geblieben bist okay dann ich hoffe das ist die map die ich hoffe dies ist ja wir können rausgehen warum dann müssen wir alle schwarz okay haben danke für den sieg ja und juckt mich nicht okay dann stelle ich jetzt wieder kommen wir dass es in der map nicht noch mal passiert und alles supi dupi 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 okay was soll das für ein wort super zwei pfeile damit und schimmelme ich habe gewonnen mit weizen schlage ich ich natürlich wirklich hier weg wie sauer klar ist doch klar ich habe so schlechte ich habe wirklich tränen in augen dann weil ein guter schauspieler schauspieler bist du ein guter schaust du hast verloren ja ja komm ich habe einen diamanten da habe ich für weiter nehmen ich hoffe wir sollen wir sollen nicht übertreiben er macht das weg nee jetzt ernst das ist zu op dann würde ich verlieren einfach du machst dir eine fette schaufel alter nee macht eigentlich jemanden der diamantschaufel mehr der mensch als sie da fragst du mich da etwas lustig shit ich habe mich selber getroffen also die ich brauche nein und du sagst mir noch vor der aufnahme soll ich wegrennen ich bin noch fast gestorben der zwei herzen zwei herzen leute zwei herzen er hat auf jeden fall gezittert also das stimmt auf jeden fall also dass er gezittert hat und ja also gezittert hat er sonst nicht so ist gut ich bin das machen ist okay noch eine runde und das heißt steht jetzt 1 machen wir wieder bis 3 wie jedes syndicates folge kommt der neue aufnahme jetzt verkackt dann haben wir verkackt so ist schon wenig verkackt und auf jeden fall seht ihr denn jetzt endlich ist die sound qualität des lieben sei es auch natürlich auch volle das lecker lag aber natürlich an mir weil du dumm bist der ordentlich stumm schick dich selbst okay wirklich einfach selbst auf das muss ich schon wieder das muss ich wieder wegbiegen aber ich bin gerade auch voll am zittern ich habe voll und ich habe nichts gegessen deswegen auch nicht weil ich meine heizung kaputt ist ich weiß nicht warum mein zimmer ist so heiß wegen wegen der ganzen technik drin die auf hochtouren läuft das war irgendwie gar nicht witzig das soll auch nicht witzig sein das ist einfach eine tatsache die gar der warte 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 jetzt komm du musst um den gegen herum tanzen hä du wirst irgendwie du hast gar nicht geschlagen du dich verdruckt doch klar ich habe noch gar nicht lang gesehen ich habe noch einen herz alter noch ein herz das war voll seltsam so 2 0 das ist die erste runde in der ganzen sind die games in game syndicate games geschichte also bei uns in der folge natürlich dass ich zwei runden hintereinander 90 punkte dass ich zwei runden hinter ja ich hole wieder auf hier weil ich dich hier richtig du wirst richtig geregt direkt mir ist voll kalt als ich bin voll am zittern alter probleme ja ich musste gestern normalerweise zum psychologen habe ich umgebracht aber aus versehen aus versehen das war nicht mit absicht ja ja ich schwöre so und meine mutter ist ralf ehrlich ich dachte die ich sag jetzt nicht spielen ja genau ich muss auch sehr guckt ihr aufnahme wie meine maus die ganze zittert normal zittert zittert wie sagt man das auf deutsch man kann das doch auch mit d mit d ausreden ausreden wo man hört dass sogar ein bisschen in meiner stimme und ich muss aufs klo was ist was los mit mir also ich muss aufs klo ist kalt mir ist nicht kalt mir ist einfach ich zitter ich zittere wegen keiner aufregung wegen ich weiß auch nicht so und jetzt auf die auf die suche nach dem lieben gesehen hast ich nicht heute habe ich gerade gezittert nur weil du wohl du wohl du weil du geschrien hast du nicht reden wir können nicht spielen wir sind dumm und scheiß und ist kalt ich glaube die werde ich einfach mal als geld so die zitterfolge ja klar ja als ob ich da nicht getroffen hätte 100 entstand entstandete schwert was ich hätte fast gewonnen habe ich bin schon jetzt 21 ok das wird wahrscheinlich jetzt die entscheidenden wollen jetzt nicht die netze folge ich trinke kurz was weiß ja gut passt nehmen wir diese map slash akzept eigentlich nicht was richtig eingetippt so dass 1285 ach so jetzt das gerade wieder sieben verloren und immer bis so scheiße hatte ich vorhin auch ich könnte jetzt keine folge an der geld spielen folge vor allen dingen ja ich sowieso nicht als doch das bekomme ich schon schnell hin wegen dieser geilen schiff taste aber sonst ja ich mich halte ich also diese folge also die schreit nur die schreit nur oder keine ahnung dass das werden die zuschauer schon beurteilen und das sind dumme namen ist oder nicht 30 30 alter es wächst und wächst er es wächst und gedeiht aber aber darum geht es ja gar nicht auf youtube es geht darum dass die sie einfach spaß macht aufzunehmen und so weiter und so fort es geht um abo geile leute mal abos hallo habe ich verloren ok 22 halte wenn ich das jetzt noch verlieren alter dann dann das mach ich denn dann springe ich aus dem laufenden fenster was so da bist du ja ich war in der lobby dortug als letzte map ich verarschen das ist so eine schlimme 888 diese richtig scheiße diese wo fasst du was hast du mit diesem schiff nicht nicht diese islands aber die anderen dann ist es nie gut ist trotzdem scheiße ich will das wer ich kenne die tun hier einfach nicht ich kenne sie einfach nicht du siehst ja aber das sei die einer ist ralf peter klaus der petersen der petersen level 6 jetzt komme ich nur da wurde das nichts halt ich bin so im zittern das ist nicht normal da würde ich mich doch lieber irgendwie umbringen und statt hier die ganze drum zu zittern wie ein zitterall ich glaube ich glaube ich nenne die folge einfach mal zittern da zitterall oder die zittern sind sind ja ich bin auf der map wahrscheinlich oder bin ich auf der map doch klar wo du nix sagst du bist hinter mir okay so normalerweise müsste ich die runde hier wirklich gewinnen ich habe wirklich richtig richtig gute items also jetzt nicht von rüstung her aber wirklich von ausstattung von loll ist das ein ende portal das ist ein ende portal ja das ist ein ende portal ich bin immer im zittern und ich bin aus der runde gefallen ich habe keinen fall schon bekommen ich weiß guck das problem ist so ich schläge es seitdem dass mir sowas schon so oft mit dir passiert ist nie wieder darauf an meine sachen zu entscheiden weißt du so ich habe so richtig schiss dass du alter wegen diesen schein weil du weil du so auf einmal gerade so ich weiß nicht hast du gehustet oder was war das gerade ich habe so ich habe nur so eine zuckung gerade bekommen weil du was es ich hast ich war gerade auf dich ne mach jetzt nicht auf alter willst mich verarschen war das war nur ein stärker 1 bogen 32 liebe leute eine sehr knappe runde war ja gar nichts mit doch das war die das war die doch letzte runde hattest du im zirkus hat es so ein schandtes schwert aber gut ich hoffe die folge hat euch gefallen liebe leute wenn ihr keine folge mehr verpassen man könnte natürlich meinen kanal abonnieren und wenn ihr euch die folge gefallen hat natürlich ein leichter lassen ja und zusammen als kanal gibt es natürlich nicht in meiner video beschreibung und wir sehen uns bis zur nächsten folge ja dann sagt auch tschüssi sauerwort tschüssi dennis